das war vor sechs minuten geantwortet vladimir ich weiß gar nicht was du hast ich bin bachanu bachanu salamu karlama wieso bin ich eigentlich immer jubbmeister der train startet in mirage voyage mag den trennen und ich glaube ich will zum der hält aber bei fernal station wo? bei ping oder fährt er durch? normalerweise hält er da an ja der wird auch langsam sagt goodbye to arthur ich bin runtergefallen das macht aber nix hier komm her komm her drei ammo er hat die führer ich würde jetzt mal ganz stark behaupten dass der train besser ist als das schiff hier waren jetzt drei dreier ammors und eine vierer öffnet by the way die pins die hier sind habe ich doch nein nein ich meine die in den vier dinger die vier dinger weil die fahren pass auf hier guck wo ich stehe wenn der zug los fährt fährt das hier runter das ist bei jeder station so wo er anhält gibt es da nur ein solches ding? eine bin? ne ne auf der anderen seite aber auch eine Zeit für thermal station fast runtergefallen hier ist ein anvil receiver das feuer was aus dem aus der lava kommt war das leuchtet so rot das sieht es lenkt also das ist da kann man halt mal hier überhaupt nicht durchgucken calling dips deswegen haben die da so eine so ein effekt rum gemacht schade dass man die hammer points nicht mit der doppelte kombinieren kann das funktioniert nicht hat gerade einen jump gefällt den er nicht fehlen wollte ich hab einen goldback gefunden der mich irgendwie nicht so satisfied weil naja ich finde so ein ga auf findet irgendwie useless bei der ersten runde wo wir gewonnen haben die hat uns gesaved ja das ist wahrscheinlich eine chance von der wahrscheinlichkeit von 1 zu 10 dass der mal sagen wir es mal so das ding ist mehr useful als das alte goldene body schild das alte goldene body schild ja obwohl mich das alte goldene body schild ein paar mal gesaved hat ja aber der guardian angel wird ich wahrscheinlich öfters leben in der long run ja maybe also du kannst ihn zwar nicht selber benutzen ich meine ich ob du jetzt jemanden aufhebt oder ob du den finisher machst das nicht wenn er dasselbe wenn du jemanden finnisch sagte zu seinem team der steht vor mir und ist in einer menschen ja gut okay fair das wusste ich übrigens nie weil ich nicht weil ich meine sounds außer dass er was sagt nein der sagt nichts aber der typ sagt was der ist dann pinkt ach so meinst du das das war meinst du das da dran ich bin ich bei euch also wenn man vor dem zug steht ist man tot wenn man stehen bleibt auf den gleisen dachte das ist jetzt wie wenn dich der fahrer kino tottretet das wurde reingepatcht oder das wurde reingepatcht so geht hier nie einer hin von der dingens nicht also als es rauskam jeder aber hier ist doch voll ja als es rauskommt auch jeder da nur nur ist halt wie octanes fucking labor dahinten auch jemand aber wenn du in deine richtung hat ein wichser in octanes fucking jump town was auch immer das war ist aber meiner meinung nach da ist aber kein gutes zeug hier ist bonkers für dein backpack muss ich kein phoenix benutzen aber ich spiel grad mit 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 fucking ja sprich ich aus äh wingman und oh hier ist noch ein goldener armor wait ich hatte ne 3er hier für dich ich sollte mich vielleicht heilen ja hast du noch ne karben für mich ich glaube das schaffe ich nicht geh nach vorne geh nach vorne geh nach vorne ja du sollst jetzt die armor nehmen und dich voll heilen dann droppst du sie mir wieso soll ich die voll heilen oh äh die ist voll oh nein damit du dich schneller heilen kannst aber du hast ja hp bekommen leid ich brauche ne ja warte nein ich war grad braindead ok was ich brauche ne karben ich habe 350 schuss ja ich habe keine und 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 nur der wingman hat hat noch nie dann rausgehauen nein ich wollte dass du die armen nimmst damit du dich mit schneller heilen kann damit du nicht noch mal stirbst aber ich habe vergessen weg ja du würdest du voll viel hp äh mit 80 hp oder so wiederverlebt ja ja das ist viel jesus ich hatte vielleicht nur so 20 30 dass man einen schuss überlebt der weg ist ja nicht der weg ist nicht schlecht vor allem wenn man autos und feiert ist das richtig gut und das war sicher nicht wirklich selten und man kann sogar jetzt gucken welche munition der hat die die team jetzt haben das ist jetzt ist das ist das aus der freien stelle geworden die da war weil die ist jetzt nicht mehr da weißt du noch der eine placeholder weißt du noch der eine placeholder ja stimmt das ist das ist praktisch weil die die schuhe ja wir haben ja wir haben nöchtig gute position um die zu feiten alter ja bring mir karbine please mister hi ja im bakano dort machen wir jetzt was ist der play da ist der play das ist wie noch das ist wie das ist das ist das ist die 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 das ist Das war nicht ich. By the way. Okay, ich werde das einfach wegwerfen. Das war nicht mein Ziel. Ja, das stimmt. Das wusste ich natürlich. Auf Gott. Hat auch nichts anderes erwartet. So, das heißt, jetzt geht hier so ein Ding hoch? Nein, ich glaube, hier geht es nicht, weil das ist ein richtiger Bahnhof. Ich glaube, hier gibt es solche Sachen nicht. Das ist schade. Toxic. Kommt mir das noch so vor? Ja, das ist einfach. Es ist einfacher zu spielen. Irgendwie. Oder wir haben einfach nur Glück, wer wird droppen. Weiß ich nicht. Dude! Du bist da hochgekommen? Wo? Wie ist sie da hochgekommen? Äh, geklettert wahrscheinlich. Ah, ja, stimmt. Da kommt sie jetzt wahrscheinlich... ...ein Ding ins Gefällt. Ja. Monami, 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 Monami! Ah, ne Carbine. Andaluja. Ich habe keine Aufsätze für die. Aber fack'n mach. Ich habe einen Anvil-Receiver, den ich nicht brauche, weil ich ein Hurensohn bin. Aber jetzt, der Liebe ist in Peace. Da hinten ist ein Drop. Ah, mach. Spielen wir jetzt wieder Katz und Maus, ja? Ja. Looks like it. Oh, you can pump me down here. Oh, actually found him. Na, beim Drop. Ah, ja. Okay, cool. Da. Es springt da. Is the longest stuck in Earth? There's three Stück, by the way. Oh, okay. Das wusste ich nicht. Das hat halt irgendwie nichts gemacht. Nein, nicht runterfahren. Der rennt zum Drop. In seinem Portal. Und er wird fack'n kippen. Oh, Dario. Er wurde falsch gemacht. Nein, nein. Ich bin bald. Über dir. Oh, noch einer. Is he low? Keine Armour? Der kommt auf der Seite? Ja, he's low. Low HP. Keine Armour? Ich bin low. Ich bin down. He has no Armour. Push him, push him, push him, push him. No Armour. Das ist ein Bar. Nein. Wehe, du verlierst das. Wehe, du verlierst das. Okay, he down. Seifers, Seifers, right here. Seifers. DUDE! DUDE! Wait. Get me up! Thank goodness, you fucking garbage piece of shit. Holy shit. That was close. No, you suck. Fuck. Back to back. Was it back to back? Matt. Tats. Was ein Trash Player. Tox.